gute und schön dass du wieder mit dabei bist in der griechischen mythologie bei achils in der wir arschtritte verteilen so baut wer es noch nicht gesehen hat na das war's ich mit meiner göttlichen rüstung hier mal sehen was die aushält dem stein ich habe auch eine ähnliche axt ihr müsst gehen ok ist jetzt mal was steht dort ok weiß ich gar nicht mehr dafür stemmen die alle tja weg mit ihr gleich umgefallen so muss das sein die gegner fallen nun gut ich bin doch nicht naiv ich spalle mir hier die stärke rein wollen wir mal sehen er wird es auch wissen ja ich mache hier die dritte was ist noch eben los bis dahin oder so wie sie stellen auch nicht hinten Tüsch hauen ich mich schon wieder heilen habe ich keinen bock zu irgendwie aber muss mich heilen auch die spinne draußen weg damit ich denke ich kann sie schreien schwein ich sehe hier ein schwein, du schwein auffüllen alles auf sieben acht ne, sieben dringend, hä, bin ich jetzt doof? gut, lassen wir es auch stehen ok der geist, hä, von denen da unten da stampft noch so eine da rum was machen wir denn weg, ne? essen wir hier tot tot ist freude kapierst du es jetzt dass du tot bist gut gehen wir hoch die scheiß spuckpflanzen die gehen mehr auf die gerüsteten nach woher kam das und kraut wenn ich es da sie hängt hier warum weg mit nein ich bin echt ich war dein kommander es ist mir solcher es ist wirklich ich es ist mir die symbole hier ist noch ein bisschen kann ich nicht anwischen jetzt aber um alles weg machen wir denn da auch mit einem champ habe ich weg gemacht mir fehlt noch irgendwo sowas die symbole müssen die Schlüssel öffnen hm die symbole müssen die Schlüssel öffnen ja was soll denn das sein habe ich es wieder immer sehen ne soll das hier drüben sein oder das? ne glaube ich nicht ne immer weiter mir egal ja ist das wirklich du? kommander ist gut dass ich dich gefunden habe als für deine ordnung werden wir nachdenken wenn wir in die Stadt die Trojans werden was kommt zu ihnen Trojans nicht du bist tot hm ach die pflanze da gar nicht berücksichtigt ach weg hier komm ich kann die lange aufhalten mit solchen pflanzen da ne ja so pflanze ich mich liebe schleich dich und das mache ich auch weg hier du auch noch mal oh jetzt haben wir eine eingeschenkt weg machen mit dem mist da eh scheiße ich will kein gift weg mit euch alles mit axt zerhacke schön klein hauen ich habe gar nichts drauf die gegner ne die müssen sterben alles Fallobst Fallobst schluss 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 aber vielleicht 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 es gibt eine Art und Weise nach dir zurück ich habe das gemacht ich habe das gemacht du kannst auch zurück zurück zurück? der Trojan war hat gerade angefangen kommander und du willst zurück? ich bin vergiftet ich bin vergiftet hey die sauer wo ist mein beutelchen? ach hier warte mal ich habe sie ja schon drin oder? das war noch gegen gift mhm so wieder zurück so ach da ist er doch ich habe gar nichts sehen ich habe schluss schluss auf ein wie Niemand wie du darfst, mich zu beantworten? Pathetisch! Komm raus! Mermidons! Vibrators! I don't want to fight you! I want! You're just an illusion! You're not here! Oh, ich kriege so viel Affe! Ah, meine Abreibung hier! Die Abreibung des Lebens! Oh, jebt so beho! Oh, jebt so beho! You got down set your heart again, Achilles. You can be so petty if you're so close to the goal. Petty? Einige Zagreifen kann nicht zu vermeiden. Ich hoffe, dass ein früheren Soldaten das verstehen würde. Du verstehst nicht die Natur des Menschen. Du hast viele Menschen in deinem König gegründet. Kein Wunder, du fühlst dich nicht mit einer von ihnen. Ich wusste jeden von meinen Männern. Ich kämpf und bled bei ihren Seiten. Du sagst das gleiche Sache an Hephaestus, als du Firtus in deinem König? Mein Freund hat immer so schwer. Er würde nicht die Armour auf seinem eigenen Armour schützen. Ich hätte ihn richtig motiviert. Spann mich die Explanation. Warum nicht einfach nur Fobos für ein Däuel selbst? Fobos würde mich niemals bemerken, aber er würde seine Augen schützen. Wie schützend seinen Minionen und schützend seine Träume immer wieder. Du schützend seine Divinität. ja dann auf auf zum großen killen was ok habe ich nicht drauf geachtet eben noch meine energie meine lebensenergie hier drin vorbei der ist tot habe ich wieder hier hier Das ist ein Blattmann. Das ist ein Blattmann. Das ist ein Blattmann. Oh, ich bin fed. Was? Du auch? Hey. Wenn die mal sich an einem festgewissen haben, ne? Mach ich das noch mit, ne? Hier. Alle weggemetzelt. Komm, geh mal rein. Oh, darum nicht. Ich muss mich mal auf frisch machen, ne? Zwei auf einen Streich, ne? Ja. 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 Oh mein Neumal. was habe ich noch drin das ist ja muss erst mal hier rein okay alles glatt machen wo bin ich denn hier gelnert das haben wir schon noch gibt jetzt bin ich tot ok wir haben mich zerstört aber ist auch ein bisschen unfair ist so viel ich brauche stärke ich brauche dränge in die dinge an der wurzel wo ist der schrein bekämpft euch aber gegenseitig ja mal mehr so ne schwein nur viel tränke ist noch nicht normal ach, muss ich besiegen, schäuze erstmal alle weghauen die war schon offen? ok und drauf kriegst du es weg ja klar wie geht das jetzt ach komm das gibt es doch gar nicht muss jetzt ab hier ein bisschen level ok wie es weitergeht leute in der nächsten folge teilen liken abonniere nicht vergessen und cheerio